Es ist heute wirklich ein fantastischer Tag. Ich war gestern etwas enttäuscht, nicht gewonnen zu haben. Ich wollte heute unbedingt gewinnen und habe alles getan, um bei der Fluchtgruppe dabei zu sein. Meine Teamkollegen haben gute Arbeit geleistet und haben mich nach vorne gebracht. Es war am Anfang sehr hart, mit der Fluchtgruppe davon zu ziehen, denn wir wurden dauernd gekontert. Letztendlich haben wir es doch geschafft, uns vom Feld abzusetzen. Ich habe mich den ganzen Tag in Topform gefühlt. Ich wollte unbedingt gewinnen und das hat mir Flügel gegeben. Ich bin die ganze Strecke über von den Fans angefeuert worden, das war wirklich unglaublich. Es ist wirklich genial, hier zu gewinnen. Vor meinem ersten Etappensieg hatte ich einen schlechten Tag und ich wollte gestern schon unbedingt gewinnen. Wir sind diese Etappe schon im Training gefahren, ich hatte die vorgemerkt. Ich hatte einen Plan und es hat alles perfekt geklappt. Meine Teamkollegen waren am Anfang fantastisch. Ich bin wirklich glücklich über diesen Sieg. Das ist gut, ich bin wirklich glücklich, dass ich das jetzt gewinnen kann. Ich bin wirklich glücklich, dass mich, wie ich oder ich verm menehmise bin, es hat mich gerne gehalten. Ich bin wirklich glücklich, dass wir heute nel� butter sind.